yo und willkommen zurück zu einer neuen runde usb online und yo hi youtube hi youtube und wir stehen heute beim tower und würden gerne glaube ich wieder sonate gehen mal schauen ich will diesen char jetzt level 24 bringen ich habe mir jetzt schon heute so zwei sky fire ring ring geholt den habe ich einfach so plus grün bekommen zu 64 von 58 auf 64 einfach heute so bekommen so richtig lack habe ich richtig nice und ich brauche noch ein harmonister harmonie crystal und ja das ist eh nicht so schwer das ist ja mega nice mega easy going sage ich mal dazu und ja genau und noch etwas ich habe jetzt den power of waters gel gekauft weil ich wollte den mal haben weil ich wollte mal richtig damage machen so so gleich nächsten kill sagt konnte nichts machen gut so und und da haben wir den nächsten geü... oh ne ich route dich nicht kommt weg oh man okay und jo weiter geht's jetzt geht's da lang ich brauche kurz ein heal da müssen wir schnell in die bude rein und los oder nicht oder nicht oh shit ich muss rein 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 ich muss boah bist du behindert gleich noch ins haufen zack und hallo oh mein gut gut one left second left und bin tot jo zwei kills einfach jolo level 19 und level 24 eiskalt läuft gut jetzt gehen wir nach natia und räumen da auch ein bisschen auf mal schauen ja der book of water wie ich mal bei meiner skill vorstellung vorgestellt habe da macht nur damage nein er macht nicht nur damage er macht nicht nur der mensch ne ich habe es einmal gesehen von einmal steht die ist da oben bei der leiste seht ihr dein book of water skill manchmal kommt da so ein stun zeichen ja manchmal tue ich das gegner auch stunnen beim dummy den dummy da den tue ich der wo es 50k hat den tue ich andauernd stunnen jo warte warte ich komme ich komme zu euch come to you tschüss lalalala jo läuft halt sitzt du in schwierigkeiten dann komm zu uns mit er und ist dann schon ich haben für kurze zeit gestand warte gleich noch ein stamm und tot jo ich kann einfach mit stets mit die skills einfach stanz machen das ist so episch aber für ein paar sekunden können sie nichts machen und ja das bringt sich schon etwas so jetzt sind wir mal in der stadt angelangt jetzt gehen wir weiter so tralalalalala wir gehen weiter und hier ist kein mensch aber jetzt kommt er ja pass auf ja renn man dicker los puh guter dank hat er sich gerespawn ok er hat sowieso keine chance gehabt ich habe ihn gerootet und jo ja ich möchte ich möchte gerne auf ja ich wenn ich den schau hochlevel da möchte ich noch gerne 24.000 arena punkte haben hört sich viel an ist auch mega viel da kann ich mir ja drei kostüme holen und da ist er schon wieder der noob ey kannst du bitte aufhören damit und ja das ist schon etwas viel hätte ich gesagt live voll die ich hasse die jetzt bekommst du meine rache zu spüren nein dodge egal trotzdem gehört ihr jo und ja ist schon etwas viel da kann ich mir drei kostüme von arena holen läuft halt eben und ja deswegen da hole ich mir dann ein level 21 arena pvp stuff wenn ich den habe dann kann ich ruhig leveln hochpushen auf level 24 und das war's ich pusht mir nur hoch auf level 24 jo vielleicht kommt dann mal wieder an das level ich habe keine ahnung dann mache ich wieder mal so ein vorstellungsvideo bei einem anderen level dingsbums jo ist jetzt gleich dahinter und jo und jo hallo was geht ab geroutet dead zack nicht gestunt geroutet oder auch nicht so geht es auch ok gehen wir weiter runter achja genau noch etwas und ich habe jetzt eine andere frisur wie man jetzt so sehen kann haut zu viel zwei sein arm weiße frisuren und er hat nur so rote dunkle rote ja dunkle rote frisuren und ja läuft halt eben wie gast ja ich brauche unbedingt die star winston die star winston ähm äh rüstung brauche ich unbedingt die den helm und die rüstung die kosten leider sehr viel kristen korridor aber ja das sind halt die kristen korridor die sind so übertrieben teuer und ja kann ich mir einfach nicht leisten da musste ich in der erstbesten gilde sein in magna in magna charter jetzt zum beispiel oder eu na eval muss ich da drin sein oder ja auf der emc site in ja in aoa da wo hassen drin ist der behinderte ja der geht mich auch schon ein bisschen ich finde schon auf den sack wenn ich es so sagen darf uh er braucht ein heal sorry nicht gesehen und ja da ist einfach besser Dings zu haben ja weil die rüstung die ist doppelt so gut und ja das darf das mega treu einfach nur oh null jo das war gar schark oh lol und hat der match bekommen und das was er nicht mehr braucht genau und unser guter kollege ähm wie er es ja ja es gehen es gehen es gehen es gehen sekund so kumpel sekund hat es die gladiators mint ja das ist so eine axt die was richtig rein haut die cast die kostet 13.000 arena punkte und ich hab 1.600 weil ich ja und lol seht ihr bringt sich was nein ach du meine fresse alter sergio best sergio du bist best du hast mich noch gerettet mit einem one hat kann ich nicht glauben man Dega 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 und da haben wir Level 21er und so und da haben wir ihn wieder Dega 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 D Da ist noch irgendeiner, Level 18er. Nein! Ja, ich habe es gesagt, ich bin tot. Ja, weil jetzt kommt sie, jetzt stirbt Sekun auch noch. Ja, stirbt jetzt auch noch. Aber nein. Ja, Healer. Ist klar. Naja, jetzt ist er tot. Sergio. Hat noch einen Kill gemacht? Sie ist jetzt nicht. Ja, er hat noch einen Kill gemacht. Und ja, revive, ist klar. Junge. Läuft halt eben. Alter Bärli. Ja, jetzt sind wir wieder revived. Mache ich auch wieder so ein paar Parts. So ein paar Parts. Ja. 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 Dann, ja. Ach ja genau. Und ich habe wieder richtig viel Cash. Ja. 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 Bisschen Zeit haben wir noch. Ja. Dann möchte ich mich bei Nadir verabschieden. Schönen. Ja. 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 Ich habe ihn. Kann es nicht mehr unsichtbar machen. Tschüss. Adios. Ja. gut dann sage ich mal nur mit Blut und seinen 2 ab und Torr und viel Spaß die